Und herzlich willkommen zu Half Dead mit euer Victim of Games und den vierten Let's Play und der Esel nennt sich natürlich immer zuerst. Und ich begrüße euch natürlich ganz herzlich und ja, schaut wie wir alle sterben und unsere Schuhe verlieren. Servus. Prima. Kennen Siegen? I want to show you. I want to show you, bitch. Mein Schuh. Wie ist denn, das haut ja auch wieder ab. Wann bleibt der da drin? Keine Ahnung. Bisher ist das halt jeder da noch drin. Oh. Wann ist das verfallen? Jetzt ist er weg. Jetzt kannst du den Schuh wiederholen. Oh, hier ist ohne. Oh, was ist das? Von der Waffe? Was? Oh, scheiße. Ich seh's nicht. Mach die nochmal. Mach die nochmal auf. Oh, der ist er. Zack. Boah krass, hat's den zerschnitzelt ey. Mein Schuh ist weg. Oh, mein Schuh ist auch weg. Okay, also ist der Raum jetzt auch clear? Also der Kensington-Raum ist clear, ja. Dann könntest du deinen Schuh theoretisch weiß ich nicht sagen. Ne, der ist weg. Okay. Der ist leider weg. Sieht relativ ruhig aus hier drinnen. Ich geh mal rein. Ja, ist das clear. Alter. Komm, ich will meinen Schuh wieder... Will man das schaffen. Schau mal hier mal rein. Oh, Bomben. Aber irgendwas da drinnen. Nächste Falle. Nödliche Falle. Oh Gott. Nein. Du bist doch so bekloppt ey. Mein Schuh. Der hat meinen Schuh aufgelöst. Ich habe keinen mehr hier. Ich habe keinen Schuh mehr, weil ich den noch besagt habe. Habe ich hier auch, glaube ich, nicht mehr, oder? Schau mal auf meine Füße. Ne. Und ich? Ne, und ich. Ne, du bist auch Barfuß-Indianer. Ja, dann hilft jetzt einfach nur... Glück. Reinrennen, rausrennen. Ja. Aber wenn es so eine ganz tödliche Falle ist, dann hilft auch das nicht. Warte, ich... Komm raus. Ja, ist geil. Hier. Der rammelt einfach draus. Vorsicht. Was? Vorsicht. Boah. Cool. Lass mich mal ein Rohr an. Okay. Alles gut bei dir? Bis jetzt lebe ich noch. Bis jetzt. Okay, ich glaube, ich glaube, den auch nicht. Hallöchen, ich lebe noch. Oh, blammer. Oh, ich sehe es. Ne, Laser. Oder Laser. Irgend so was. Alter, aber jetzt haben wir diesen durchrennen. War doch ganz gut. So, warte mal. Jetzt müsste theoretischerweise... Können ja zwei Fallen drinnen sein. Die rinist nicht alle. Warte mal, machen wir das Speedrun. Speedrun. Ich höre auch was. Ja, das ist bei mir. Oh, die Scheiß-Tür auf. Scheiße. Oh, ich habe es geschafft. Zum Glück. Da ist der Ventilator angegangen. Okay. Ich bin in einem Safe-Room. Okay. Ich bin tot. Nein. Wurde aufgespießt. Das sitzt inner drinnen. Ah. Irgendwann ist jedes Glück zu Ende. Und weißt du was? Wieder eine Ecke. Nee, oder? Okay, der ist clear. Ich ramme hier rein. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Du bist tot. Nein, nein. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Nein, nein. Wo die... Aber mit was? Wie wirst du sterben? Das ist jetzt die Frage. Keine Ahnung, was das jetzt wieder war? Oh, Mann. Das war eine ziemlich kurze Folge. Schade, Leute. Aber wir sind sehr weit gekommen, muss ich sagen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute.